Trumpf ist ein internationales Unternehmen mit weltweit mehr als 16'000 Mitarbeiter an 73 Standorten. Während der Ausbildung hat man die Möglichkeit, am Lehrlings-Austausch teilzunehmen und an einem anderen deutschsprachenden Standort mitzuschaffen. Mein Name ist Jean Margodant. Ich bin Fachmann Betriebsunterhalt im ersten Lehrjahr bei der Firma Trumpf zu gröschen. Jetzt zeige ich dir meinen Berufsantag. Komm mit! Den Tag starten wir immer mit dem technischen Rundgang zur Überwachung aller technischen Anlagen. Zum Beispiel kontrollieren wir die Temperatur des Boilers, schauen, ob es genug Druck hat im Leitungssystem, ob irgendwo eine Lampe nicht funktioniert und viel mehr. Die Heizung überprüfen wir auch jeden Tag auf den Lärm, damit wir vor allem im Winter warm haben. Im sauberen Betriebsrestaurant von Trumpf gebe ich als Fachmann Betriebsunterhalt alles, damit Sauberkeit und Hygiene erhalten bleibt. Unsere Arbeit findet sowohl innen als auch aussen statt. Für Trumpf ist Sicherheit das oberste Gebot. Aus diesem Grund machen wir einen Sicherheitscheck im Vier-Augen-Prinzip. Gerade beim Rasenmäher müssen wir auf viele Sachen achten. Zum Beispiel müssen wir Öl- und Benzinstand kontrollieren, Luftfilter und Verschmutzungen prüfen, Schärfe des Messers und ob sie richtig angezogen sind mit dem Drehmomentschliessen. Und dann zum guten Schluss den Rasenmäher noch laufen lassen. Wir legen sehr viel Wert darauf, dass die Aussenanlagen stets sauber und gepflegt sind. Nicht nur der Rasenmäher muss brillieren, sondern auch das Zwingelung. Jetzt hast du einen kurzen Einblick in meinen Berufsattag als Fachmann Betriebsunterhalt gehabt. Hat es dir gefallen, dann bewirke dich doch jetzt bei Trumpf Schweiz AG. Und nicht vergessen, Yes we can!